Hallo zusammen, hier ist Wiedeutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir hier unter Erkunden drin haben. Und zwar müssen wir da einmal unter Erkunden und Battle for Azeroth rein. Und dann heißt das Achievement Gläserne Samtpfötchen. Und für dieses müssen wir insgesamt 10 Kristallfiguren finden. Und diese sind hier in ganz Nasiata verteilt. Ich habe hier schon mir die Marks rausgesucht. Und wir werden jetzt mal eins nach dem anderen quasi abkloppern und uns quasi alle 10 dann holen. Anfangen tun wir hier ganz oben. Und zwar bei den Koordinaten 40, 80 in etwa ist so ein kleines Becken. Und dort müssen wir in eine Höhle rein und ganz nach unten durchschwimmen. Dann ist nämlich hier eine Unterwasserhöhle. Und in dieser Unterwasserhöhle sind ein Haufen Bäume drin. Und die bewachen unser Kätzchen. Und ja, da braucht ihr schon ein bisschen Damage. Denn diese Bäume, naja, sagen wir es mal so, die heilen sich halt wieder hoch. Die haben alle diesen Heal-Buff, den sie sich draufcasten. Ihr seht, da kommt der Heal-Buff. Und dann heilen sie sich alle 2 Sekunden um 3% ihrer maximalen Gesundheit. Ist jetzt aber nicht so krass, weil, ja, die nicht sonderlich viel Life haben. Genau, die klatschen wir alle um. Oh, ich habe ein Item gekriegt. Und dann haben wir hier oben in der Ecke einmal unsere Katze. Die klicken wir jetzt an. Gelootet. Und dann sind wir quasi bei einer von 10 Katzen. Und jetzt müssen wir, ja, ein bisschen weiter Richtung Naga Imperium hier runtergehen. Da sind nämlich unsere anderen, ja, unsere anderen Katzen-Token, die wir uns besorgen müssen. So, da la, dann sind wir jetzt am zweiten Punkt. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 29, 30. Und dort müssen wir wieder in eine Unterwasserhöhle rein. Und zwar hier in dem Murloc-Lager. Hier in diese Höhle rein. Und da unten sind dann ein Haufen Murloc im Wasser drin. Beziehungsweise wir haben hier auch gleich schon die Katzen-Statue, die wir anklicken können. Und theoretisch müssen wir die Murlocs nicht unbedingt töten. Heißt, oder okay, sie unterbrechen uns. Wir müssen sie doch töten. Außer wir kriegen sie einmal alle desorientiert. Zack, da haben wir die zweite Katzen-Statue. Und ja, jetzt quasi nur noch, okay, die hauen schon ganz schön gut rein. Jetzt nur noch aus der Höhle raus. Beziehungsweise ich kann auch Shadow melden. Und dann kommen wir hier weg. Dann kommen wir zur dritten Statue. Und zwar bin ich jetzt hier ein bisschen unterm Alli-Lager bei den Koordinaten 38 und 49. Und hier habt ihr ja den Weg runter. Und da ist quasi so eine kleine Ausbuchtung, wie ihr hier seht. Und unter der Ausbuchtung ist eine Höhle. Da habe ich jetzt auch ein bisschen gesucht. Da müsst ihr jetzt hier so ein bisschen rauflaufen quasi. Und dann irgendwie seitlich so runter, dass ihr nicht ganz runterfällt. Und dann könnt ihr hier quasi in die Höhle rein. Und dann schauen wir mal, wo hier die Katzen-Statue ist. Oder so ein Grabstein. Okay, und hier müsste jetzt eigentlich irgendwo unsere Katzen-Dings drin sein. Moment. Da, ah, die ist zwischen den Dingern versteckt. Okay, da haben wir das dritte Ding. Dann können wir weiter. Dann kommen wir jetzt zur vierten Statue. Und zwar sind wir jetzt hier ganz oben. Und zwar bei den Koordinaten 61, 12. Und dort sind wir, ja, wieder auf eine Unterwasserhöhle angewiesen. Und zwar müssen wir einmal hier unten reintauchen. Und dann haben wir die Statue hier oben drauf. Die klicken wir einmal an. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die Viecher, die hauen hier ganz gut rein. Hier sind viele Nitenager. Deswegen bin ich jetzt auch hier erstmal reingestelft in diese Höhle. Nochmal hier vielleicht für die, dass ihr seht. Da ist dieses Podest quasi. Und hier bei dem rechten Tentakel unten rein in die Höhle. Dann kommen wir zur Nummer 5. Und zwar sind wir jetzt hier bei den Koordinaten 55, 29. Und hier geht quasi so ein Weg entlang. Und hinter diesem Gestrüpp hier befindet sich wieder eine Höhle. Und wenn wir da reingehen, dann haben wir so eine Maschine, die so Kreise auf dem Boden spammt. Die machen keinen Schaden, sondern die porten nicht instant wieder aus der Höhle raus. Deswegen muss man aufpassen, dass man die halt nicht erwischt. Und wir laufen jetzt quasi hier hoch, hier hinten rein. Und Moment, hier so etwa hin. Dass wir dann oben auf dem Ding das Teil looten können. Ihr müsst euch da so ein bisschen reinbacken. Weil ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht hochgekommen. Aber von irgendeinem Punkt, von hier kann man es looten. Zumindest hatte ich das vorher. Äh, Moment. Wo kriegen wir das denn hin? Irgendwo hier kann man es auf jeden Fall. Ah. Ah, okay. Während der Bewegung nicht möglich. Ich glaube, ich muss die Katzengestalt wegklicken. Ah, noch ein Stück. Noch ein Stück. So, von hier kann ich es looten. Zack, da haben wir wieder eins. Und jetzt haben wir insgesamt fünf Stück. Halbzeit. Jetzt können wir uns einmal rausporten hier. Zack, da sind wir vor der Höhle. Dann kommen wir zum sechsten. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 56, 21. Und dort müssen wir mal wieder in eine Unterwasserhöhle rein. Und zwar ist die direkt hier an der Seite. Und dort ist es nicht so schlimm versteckt. Sondern da können wir nämlich gleich hier auf die Starthöhle drücken. Und haben dann quasi das sechste Stück eingeheimst. Und können dann weiter. Dann kommen wir zum siebten. Und zwar sind wir jetzt hier ein Stück weit auf den Koordinaten 61, 28. Und zwar ist das bei dieser, ja, Quallen-World-Quest. Und hier unten ist wieder so eine Höhle. Und da stehen ein paar fiese Elite-Mobs drin. Deswegen versuchen wir da mal rein zum Stealthen. Und dort haben wir es hier hinter dem Meeresbuschel fix angeklickt. Sieben Stück eingeheimst und raus. Die will ich nicht töten. Die dauern wahrscheinlich ein bisschen länger, die umzuhauen. So, dann sind wir bei der achten Starttour. Und zwar sind wir jetzt wieder ein Stück weiter. Hier auf den Koordinaten 59, 30. Und da haben wir hinter Elite-Mobs in der Höhle bei so einem Schwemmen quasi die Katze dran. Ich laufe gleich nochmal aus der Höhle raus, dass ihr das seht. Okay, sie haben mich erwischt. Das orientieren wir sie mal alle. Achte haben wir. So, und jetzt laufe ich mal raus, dass ihr seht, wo ich rumlaufe. Und zwar ist das quasi hier bei dem Becken und dann hier unten rein. Bloß sind hier ziemlich viele Elite-Mobs. Also wenn, dann haut ihr die halt alle nacheinander weg. Oder ihr macht das so wie ich hier Stealth rein. Holt euch die Katzenstatue und lauft dann halt, so schnell ihr weglaufen könnt. Nochmal die Map. Also quasi hier so rein war das eben. Äh, ne, hier so rein. Dann kommen wir zur vorletzten. Und zwar bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 70, 24. Und zwar noch nicht oben auf der Klippe, sondern unten. Und dort haben wir so einen kleinen Fluss. Und unter dem Wasserfall müssen wir einmal reintauchen. Und da seht ihr, haben wir so eine Krabbe, beziehungsweise da sind auch so ein paar Stealth-Krabben hier drin. Und ich habe gerade schon ein bisschen gesucht gehabt. Und zwar haben wir da so Seesterne. Und unter dem Seestern, unter dem grünen, ist die Statue, die anklicken. Und dann sind wir bei 9 von 10 und brauchen jetzt noch eine einzige. Und die befindet sich quasi jetzt hier oben beim Flugpunkt. Also müssen wir uns einmal nach oben begeben. So, dann sind wir beim letzten. Und zwar sind wir jetzt auf den Koordinaten 72, 25, hier neben dem Flugpunkt. Und da müssen wir dann einmal hier unten in eine Höhle rein. Und zwar sind da mehrere Höhlen. Einmal hier gibt es rechts eine Höhle und quasi links und rechts. Wir müssen aber in die rechte Höhle rein. Und dann hier runter. Und wenn wir jetzt ein bisschen ranscrollen, sehen wir, hier hinter dem Knochen befindet sich quasi unsere letzte Statue. Die klicken wir an. Und dann sind wir mit dem Achievement fertig. War jetzt ein bisschen Gesuche. Aber ich denke mal so, in 10, 20 Minuten hat man das relativ leicht alles abgeklappert. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela H. Bis zum nächsten Mal. Ciao.